Ja, liebe Schorndorferinnen und Schorndorfer, mein Name ist Andreas Schneider, bin 46 Jahre alt, katholisch in Schorndorf aufgewachsen und geboren und ich möchte hier in Schorndorf Oberbürgermeister werden. Ich bin seit 2014 Stadtrat und wurde 2019 mit sehr gutem Stimmenzuwachs wiedergewählt. Ja, und am 7. November trete ich hier zur Oberbürgermeisterwahl an. Warum möchten Sie denn gerne ein Amt wie das als Oberbürgermeister? Wenn man da gestalten kann und weil ich mich schon seit meiner Jugend mit politischen Prozessen beschäftige, ich habe Politik studiert, bin seit über 30 Jahren politisch aktiv und jetzt ist es an der Zeit für mich zu sagen, ich möchte gestalten. Und warum möchten Sie das in Schorndorf tun? Weil Schorndorf meine Heimatstadt ist und für mich keine Karrierestation. Das ist meine Heimat, die ich liebe. Und hier weiß ich ganz genau, was zu tun ist. Und ich habe den Mut und das Rückgrat, das anzupacken, was hier gemacht werden muss. aldorf, das anzupacken, was hier gemacht wird. Vielen Dank.